Nach einem perfekten Tag geht's wieder zurück Richtung Heimathafen. Und wieder ein Muschelfrachter. 80.000 Tonnen Muscheln werden hier pro Jahr verarbeitet. Zurück in Havelok. Am Rande des Ortes steht die Muschelfabrik. Hier werden sie gewaschen, verpackt und in die ganze Welt verschifft. Hauptabnehmer sind Südamerika und Japan. Aber auch nach Deutschland werden die echten Greenshell Muscles aus dem Marlboro Sound exportiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017